Die Klinge, dann irgendwas anderes und dann irgendwas anderes. Jetzt die Bögen. Ja, das schießt sich immer mal geil. Ich meine, ich dachte, die haben immer noch eine Reihenfolge, aber die haben keine... ...eine einfach irgendwie eigenartige Zusammensetzung. Kann ich den Bogen nicht einfach zeigen. Warum? Ich kann schon sehen, dass die harte Version hier von spaßig wird. Ja, ich bin halt wieder leise, weil ich mich eigentlich ein bisschen konzentriere. Und auf jeden Fall hingucken muss, wo die ganzen Sachen sind. Und ich keine Orientierungsehnen überhaupt habe in so einem Platz wie den hier. Oh, was hat er denn? Zu, ich weiß nicht mal. Die doch einfach kaputt. Es zählt hier aber auch nicht. Es soll das doch anwesendieren. Und ich weiß nicht, dass ich den Spiel benutze. Kann ich ihn auch jetzt auch benutzen. Okay. Nicht so mies. Sollen noch die Leute hängen. Nein, ab. Nein, verarschst mich nicht. Ja, was auch immer. Oh mein Gott, der Bogen ist wieder mal als letztes, was fehlt und ich kann ihn wieder mal nicht finden. Okay, logisch überlegen, wo war ich nicht. Ich war überall. Bringt mir nix. Ich meine, kann man mich noch verarschen oder was? Ich weiß ja nicht gerade, dass die Viecher gut versteckt sind. Aber ich finde ihn einfach nicht. Da ist es. Ich zweifle aber echt, dass ich den anderen finden werde. Also, ich meine, ich zweifle echt, dass ich das andere hinkriegen werde. Aber naja, man kann es ja versuchen. Äh. Ja, bestimmt. Drei Minuten. Halt der Anfang. Okay. Ah, ich weiß nicht, die kriegen ihn dort nicht. Den kann ich auch nein. Ich bin natürlich nicht getroffen. Ah, come on. Ich stirb. ja die ist weiter die ist jetzt ein bisschen hetzen hier ist nix, da ist ein Bogen D hier ist der Bogen ich mache das momentan überhaupt irgendwie nur alles was ich finde ja, den hat er bestimmt gezielt da ist ein Bogen ich werde wieder den Flügel verliehen auch wenn ich gerade zu Ende finde ich habe noch gar nix beendet wir sind traurig wir sind schneller dass das nicht wehtut die 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 an die 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 dem das wird ein Turm ja, das kriegen wir niemals hin denn die Level ist auch nicht, wir sind fairer aufbauen können, oder? so, dass man überhaupt eine Ahnung hat von denen, wo die Sachen sind und nicht, dass die die so wortwörtlich verstecken was soll man denn tun? ich meine, das liegt daran, dass die Zeichendistanz nicht weit genug ist man sieht ja nicht, wo die Sachen sind, bis die dir genau ins Gesicht schließen man trifft ja... ach, ich hab sie getroffen ja, und die treffen immer alles da sind die weg da sind die, die ich grad eben nicht finden konnte Tralala jetzt mal weiß ich ja, dass man hier wieder rausgehen sollte und das dann hier durch dann kriegen wir nie ja, ich tu immer so, als würde ich wissen, was ich tue und so aber ne, wirklich ich fliege einfach rum und hoffe, dass irgendwelche Sachen erscheinen gerade der Enttreffen soll ich weiß aber, dass dort oben war der Turm der hat mich nicht getroffen der hat mich auch nicht getroffen okay, jetzt nervst du mich du... du bist jetzt kaputt ich meine, ernsthaft, wie oft habe ich den Urlaub gebombt? jetzt kommt keiner und sagt mir niemals weil du hast ihn ja nicht zufrieden gehört weil du hast ihn ja nicht zufrieden gehört ach ja, der Typ ist tatsächlich auch nicht kaputt jetzt aber ich habe es gesehen ich habe es gesehen die 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 Da ist. Ring. Ring. Das waren die letzten Ringe. Äh. Come on. Da gab es. Das waren die letzten davon. Ich hab schon wieder keine Zeit. Toll. Ich weiß schon wieder nicht. Ich glaub, da war er jetzt oben. Oh nein, ne? Wo bist du denn? Ich mein, das nervt mich. Ich mein, das ich von dir hatte ich erwartet, aber... ...so knapp zu verlieren. Das nervt mich schon. Ich mein, das hatte ich jetzt echt nicht verdient. Finde ich. Ich mein, das ist meine Meinung, aber naja. Ich mein, das war mal. Oh, na, na, na. Oh, tu, tu. Oder so. Okay, jetzt. Und irgendwo. Irgendwo hier sollten die Leute rumhängen. ich meine wieder zeitverschwendung ich soll nicht sagen wo die Viecher sind das Level ist riesig Elf der Sachen sind nix und die andere Elf der Sachen sind Viecher das nervt mich der Typ kann nicht um ihn verborgen hoffentlich eben nicht zu viele von diesem Fliegenflug das macht mich da ja noch ganz kaputt ich werde mal sie nicht treffen ich werde mal sie nicht treffen oh treff den doch ich seh nix da war gerade der letzte Vogel das hilft bestimmt so wie sie nicht das hilft bestimmt so wie sie nicht wie er sagt come on nein ich so ne Fussi wo ist denn der letzte oh letzte Warum kann ich den letzten nie finden? Wo versteckt er sich? Oh, ich hab ihn gerade... Nein, das ist es nicht. Da ist er. Nein. Okay. Turm. Ich weiß sogar welcher. Wir haben es echt geschafft. Außer wenn ich mich gerade irre. Oder wenn er mich jetzt schrecklich macht. Ja! Ja! Ufff! Für mich, ja, aber jetzt hab ich 40. Nein. Ich dachte, ich hab jetzt 40. Naja, äh, ich bin gleich wieder.